So, die Frage ist ja, was bedeutet hier, wie zum Beispiel auch diesen Sprudeletikett, diese Aussage oder dieses Symbol hier, wenn da steht zum Beispiel Na+, oder K+, Mg2+, oder F-, Cl-? Die Symbole sind uns ja bekannt, aber was ist, was bedeutet Na+, oder F-, vielleicht nochmal der Hinweis hier, diese Plus und die Minus, die hier hochgestellt sind, vielleicht generell, es handelt sich um Ladungen, ich denke, das habt ihr euch auch schon denken können, wir hatten das ja auch bei den Protonen und bei den Elektronen verwendet. Ich schreibe diese Ladung meistens in einem Kreis, damit ich sie eben nicht verwechsel mit dem Plus aus einer Reaktionsgleichung, oder ein Minus gibt es bei der Reaktionsgleichung nicht, aber so kann man es ja einfach besser sehen, man verwechselt es nicht mit einem etwas hochgestellten Gedankenstrich, zum Beispiel dieses Minus. So, Na, das wissen wir ja, das ist das Symbol für das Natrium, und wir haben uns ja zuletzt mit dem Kernhülle-Modell beschäftigt, und wir wollen im Prinzip gerade dann mal kurz gucken, was für Elementarteilchen sind denn beim Natrium enthalten, beim Natrium-Atom. Dazu brauchen wir hier das Periodensystem, und haben hier die Informationen, die wir brauchen, das ist einmal die 11, die Ordnungszahl, und die 22,99, also etwa 23, das ist ja die Masse. Das notieren wir noch mal. Also, Natrium-Atom, da wissen wir, Ordnungszahl ist gleich 11, und die Masse war 23 U. So, was bedeutete das noch mal für die Elementarteilchen? Ordnungszahl, das bedeutete ja, ist gleichzeitig die Anzahl der Protonen. Kurzschreibweise für Anzahl ist ein großes N, im Englischen Number of Protonen sozusagen. Das war also 11. Dann haben wir die Anzahl der Elektronen, die muss ja genauso sein, damit ich ein neutrales Atom habe. muss also auch 11 sein, das ergibt sich also auch daraus. Und die Anzahl der Neutronen, der ungeladenen Teilchen, die ergibt sich aus der Masse und der Anzahl der Protonen. Also, 23 minus 11 ist gleich 12. So, wie sieht denn dann so ein Atom aus, so ein Natrium-Atom? Skizzieren wir es mal. Wir haben ja eine Hülle und in der Mitte den Kern. Ich versuche das mal so einigermaßen zu zeichnen. Also, ich habe 11 Protonen, also plus 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 drei vier fünf sechs sieben so, das habe ich jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Jetzt habe ich also meine elf eins, zwei, drei fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Protonen. Protonen kennzeichne ich also hier durch dieses Symbol. Für die Elektronen zeichne ich einen Kreis mit einem Minus rein und für die Neutronen dann einfach einen kleinen Kreis und dann fange ich mal an. Neutronen waren zwölf, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und die Elektronen eins, zwei, drei, so, und auch hier habe ich jetzt wieder ein bisschen abgekürzt, damit ich nicht so lange zum Zeichen brauche. So, was ich hier also habe, ist mein neu also mein neutrales Natriumatom ich kriege es nicht hin neutrales Natriumatom so, jetzt habe ich aber nicht ein ein Na sondern ich habe ein Na Plus die Frage ist, wie kann aus einem neutralen Natriumatom hier ein positiv geladenes Natrium Teilchen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten die skizziere ich mal beide ich nehme verschiedene Farben damit wir das Ganze unterscheiden können in der Zeichnung also das erste wäre ja wenn ich hier eine positive Ladung habe bedeutet das ja ich muss ich könnte zum Beispiel eine positive Ladung dazu nehmen also das heißt ich könnte mir überlegen ein P Plus kommt dazu was wäre dann dann müsste ich also hier noch irgendwo noch ein Plus rein quetschen das wäre die erste Möglichkeit das ist ganz klar ich hätte dann wie viel hätte ich dann zwölf Protonen und ich hätte elf Elektronen wie vorher und dann habe ich natürlich eine Ladung Plus denn ich habe ein Proton mehr so zweite Möglichkeit oh Moment andere Farbe zweite Möglichkeit ja es geht eben auch das andere nicht nur dass ich also nicht nur dass ich Proton dazu nehme ich könnte natürlich auch das Gegenteil wegnehmen also ich könnte natürlich auch ein Elektron wegnehmen was bliebe dann übrig ich hätte wie vorher elf Protonen und ja genau und zehn Elektronen und auch hier wäre die Summe ich habe ein Proton mehr als Elektronen also wäre auch hier eben die Ladung Plus nochmal um das zu verdeutlichen also wenn ich jetzt wenn ich sage zum Beispiel ich entferne dieses Elektronen hier warum ist das eine positive Ladung oder warum hat mein Teilchen das übrig bleibt dann eine positive Ladung das Rosane tun wir gerade auch mal ups das war zu viel nochmal löschen ich versuche es mal das so ein bisschen raus zu löschen dieses Rosane das es nicht so sehr stört ähm so sind wir wieder ja also warum habe ich auch wenn ein Elektron weg ist eine positive Ladung das ist ja so man könnte sich denken was gleicht sich aus also das gleicht sich aus das gleicht sich aus das gleicht sich mit dem aus das mit dem dieses Elektron mit dem Proton das mit dem dieses mit dem hier das mit dem das mit dem und das mit dem hier das heißt es bleibt eben ein Proton übrig und damit habe ich quasi insgesamt eine positive Ladung so die Frage ist jetzt was ist es denn nun also von der Idee her sollte es klar sein ich muss an den Elementarteilen hier etwas verändern nur nehme ich ein P plus dazu oder ein E minus weg dazu überlegen wir uns mal gerade wo müssten wir denn was ändern wenn wir hier äh wenn wir hier das hier machen wollen also ein Proton dazu nehmen wollen müssen wir ja von außen da rein und das ist im Kern drin also im Prinzip auch schon mal schwerer zu erreichen als wenn ich hier ähm von außen von der Hülle etwas wegnehmen will das ist also das erste Argument zu sagen das ist eigentlich sinnvoll oder geht vermutlich leichter und da gibt es noch einen noch viel wichtigeren Grund und dazu gucken wir noch mal zurück aufs Perionsystem denn hier habe ich jetzt ähm Achtung zwölf Protonen und wenn wir nämlich dann mal gucken zwölf Protonen war ja die Ordnungszahl also wenn ich zwölf Protonen habe hätte ich gar nicht mehr Natrium ein Natriumteilchen sondern ich hätte ein Magnesiumteilchen also man kann sagen eben aus diesem Grund hier ist das hier nicht möglich das geht einfach nicht so das heißt mein Na plus ist nichts anderes als ein geladenes Natrium Atom dem ein Elektron entfernt wurde halten wir es kurz fest ähm wo ist der Stift so also Na plus falsche macht ja nichts Na plus ist also gleich Natrium Atom wobei Atom in Anführungsstrichen ist weil es dafür einen anderen Namen gibt ähm mit einem Elektron weniger hm so und ähm solche geladene Teilchen Na plus geladen und positive Ladung nennt man auch Ionen das heißt Na plus ist eben auch ein Natrium Ion das ist dieser neue Fachbegriff den ihr euch merken solltet Ionen allgemein sind eben geladene Teilchen so das war jetzt die Erklärung zu dem Na plus wie sieht es jetzt mit F minus aus ich habe hier nochmal ähm eine freie Seite F minus der Unterschied ist halt ich habe jetzt nicht eine positive Ladung sondern eine negative Ladung und auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten und äh damit das ein bisschen schneller geht und in einen Film passt mache ich hier äh eine kurze Pause und skizziere mal das Fluoratom so das ist zum Fluoratom jetzt die fertige Skizze wir gucken kurz Fluor ähm Ordnungszahl 9 Masse etwa 19 das heißt ich habe 9 Protonen 9 Elektronen und die Differenz 19 minus 9 gibt 10 also 10 Neutronen das Ganze habe ich mal eingezeichnet ich glaube ich habe mich verzählt bei Neutronen noch schnell dazu so und ähm die Frage ist jetzt wie komme ich ähm also auf mein F minus was ja ähm da auf dem Mineralwasser zu finden ist auch hier wieder gibt es zwei Möglichkeiten erstens ähm ich würde ein P plus ein Proton also wegnehmen oder zweitens ich würde ein Elektron dazu geben und äh dann hätte ich hier in diesem Fall ähm wenn ich vorher 9 Protonen habe und 9 Elektronen dann habe ich jetzt hier 10 Elektronen oder hätte ich 10 Elektronen in diesem Fall wären es also mit einem Proton weniger wären das 8 Protonen und 9 Elektronen das Prinzip was wir vorher gesagt haben nämlich dass ich an die Protonen gar nicht rankomme ist eigentlich auch wieder hier gelten das heißt ich kann es generell vergessen außerdem es würde sich die Protonen Anzahl ändern ich hätte ein anderes Element das da ist aber das Richtige das heißt das heißt ein F- ist nichts anderes als ein na hopps ein F- ist gleich ein Fluorion mit einem Elektronen mehr als das Fluoratom so das ist das Grundprinzip was hinter einem steckt und wenn ich eine zweifach positive Ladung habe was ist dann was ist wenn ich eine zweifach negative Ladung habe ich denke das sollte jetzt einigermaßen gleich sein notfalls müsst ihr es ebenso ausführlich machen wie ich es gemacht habe das was das ist das 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 ist das